Herzlich willkommen zu unserer Asklepios Informationssendung im Internet. Heute geht es um ein Symptom, das Sie vielleicht auch kennen. Es geht um Schwindelgefühle. Schwindel kann viele Ursachen haben und über die wichtigsten wollen wir heute sprechen. Bei mir zu Gast ist Dr. Fabian Singbartl. Er ist Oberarzt in der Abteilung für HNO-Heilkunde Kopf- und Halschirurgie am Asklepios Klinikum in Harburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Singbartl. Guten Tag, Frau Karla. Vielen Dank für die Einladung. Wenn ein Patient zu Ihnen kommt und über Schwindelgefühle klagt, was machen Sie dann? Man muss zunächst unterscheiden, dass es sich bei Schwindel um ein Symptom handelt. Das Symptom kann Ursachen in vielen verschiedenen Erkrankungen haben. Deswegen brauchen wir eine aufwendige Untersuchung und eine aufwendige Befragung des Patienten, um Hinweis darauf zu bekommen, auf welches Organsystem das sich bezieht. Wichtig ist zum Beispiel zu fragen, inwieweit das Herz oder auch der Bewegungsapparat oder eben das Gleichgewichtsorgan Ursache des Schwindels sind. Hierfür stellen wir viele verschiedene Fragen, die wichtig sind, um uns genau Hinweis darauf zu geben. So fragen wir zum Beispiel, wann der Schwindel besonders auftritt, wie lange der Schwindel anhält, auch was für eine Qualität der Schwindel hat, ob es sich dabei zum Beispiel um einen Drehschwindel handelt, wie auf einem Karussell oder eher um einen Schwankschwindel und ob es zum Beispiel bestimmte Belastungssituationen oder Auslösesituationen für diesen Schwindel gibt, zum Beispiel große Menschenmengen oder körperliche oder eben geistige Belastung, Stresssituationen dergleichen. Zusätzlich ist noch wichtig zu fragen, ob in irgendeiner Art und Weise Schmerzen vorhanden sind oder auch eine bekannte Hörminderung zusätzlich besteht. Das alles gibt uns eigentlich dann erst Hinweise darauf, inwieweit sich der Schwindel aufs Gleichgewichtsorgan bezieht oder inwieweit er eben eine größere, komplexere Erkrankung nur zeigt. Mögen Sie uns da einen kleinen Überblick geben, welche Empfindungen der Patienten auf welche Art von Schwindel hindeuten? Ja, so ist es, wie ich schon gerade sagte, zum Beispiel so, dass man unterscheiden muss zwischen den großen, komplexen organischer Schwindel und psychogener Schwindel zum Beispiel. Also wir haben einmal den psychogenen Schwindel, der eigentlich ohne körperliche Ursache auftritt und in der Regel in Stresssituationen oder Belastungssituationen auftritt. Zum Beispiel vor einer Gruppe? Vor einer Gruppe zum Beispiel oder in einem besonders stressigen Beruf zum Beispiel, diese Schwindelsymptomatik. Andererseits ist der organische Schwindel immer, hat für uns Ärzte ein fassbares Korrelat im Organsystem. Und da ist es zum Beispiel wichtig zu fragen, welche Art der Schwindel hat. Wenn wir zum Beispiel von einem Schwindel sprechen, wie zum Beispiel schwarz vor Augen werden oder auch Sternchen sehen, dergleichen, das kann durchaus auch mal Hinweis auf eine Durchblutungsstörung sein, möglicherweise auch eine beginnende Herzerkrankung. Ist es aber nun zum Beispiel ein Schwankschwindel eher, dann ist möglich, dass auch eine neurologische Symptomatik vorliegt. Ganz häufig haben wir Patienten, die unter einem ganz akuten Drehschwindel zum Beispiel leiden, der unter bestimmten Situationen auftritt und der auch mit Übelkeit und Erbrechen verbunden sein kann. Dieser Schwindel ist dann ein besonderes Hinweis aufs Gleichgewichtsorgan. Und auch dort ist es wiederum wichtig für uns zu unterscheiden, wie ist die Symptomatik, ist dieser Schwindel bereits länger andauernd? Ist der Schwindel akut aufgetreten? Hört dieser Schwindel auf, wenn ich zum Beispiel mich in Ruhe verhalte, wenn ich also meine Körperbewegung einstelle oder bleibt dieser Schwindel bestehen? Das sind wichtige Hinweise. Wenn nun das Gleichgewichtsorgan im Ohr betroffen ist, was fühlt der Patient? Der Patient fühlt zunächst einen ganz ausgeprägten Drehschwindel in der Regel. So ist normalerweise in 90 Prozent der Fälle das Symptom. Das kann wie gesagt mit Übelkeit und Erbrechen einhergehen, kann aber auch zusammen mit Hörstörungen zum Beispiel auftreten. Wichtig ist da die Anatomie des Ohres vielleicht besser zu verstehen und dafür habe ich Ihnen auch ein kleines Modell mitgebracht, wo man eben außen die Ohrmuschel sieht, aber das Ohr ist nicht nur Ohrmuschel, sondern das ist das allein äußere Ohr. Viel komplexer ist das Ohr innen aufgebaut. Wenn ich das jetzt hier ganz leicht auseinandernehme, dann sehe ich vergraben tief im knöchernen Felsenbein unseres Kopfes das Gleichgewichtsorgan und Hörorgan. Man sieht schon, dass diese beiden Organe eigentlich zusammengehören. Wir haben einmal die Hörschnecke und dann das sogenannte Labyrinth. Das ist unser eigentliches Gleichgewichtsorgan. Man sieht schon anhand des Aufbaus des Gleichgewichtsorgans, dass es in den verschiedenen Ebenen des Raumes aufgebaut ist. Wir haben drei Bogengänge, die sich in jeder unserer Raumebenen befinden und so Drehungen in diesem Bereich messen können. Je nachdem, in welche Richtungen ich meinen Kopf drehe, kann ich entsprechend diese Bewegung auch anhand von Strömen, von Flüssigkeiten in diesen Bogengängen messen. Kommen wir zum Beispiel zu einem ganz häufigen Problem, zu einer ganz häufigen Erkrankung. Das ist der sogenannte gutartige Lagerungsschwindel. Bei diesem gutartigen Lagerungsschwindel kommt es dazu, dass sich in unserem Gleichgewichtsorgan kleine Kristalle lösen. Das sind ganz kleine, wie soll ich sagen, Gleichgewichtskristalle, die aufgrund ihrer Trägheit dafür sorgen, dass wir bestimmte Beschleunigungen, unter anderem eben auch die Schwerkraft messen können. Wenn nun sich diese kleinen Gleichgewichtskristalle von ihrer Unterlage lösen und frei im Gleichgewichtsorgan hin und her fallen, dann können sie durch diese Bewegung in der Endolympe, also in dieser Flüssigkeit, die hier in diesen Bogengängen ist, können sie Schwindel auslösen. Das ist in der Regel ein ganz kurz andauernder, aber sehr stark ausgeprägter Drehschwindel, der insbesondere bei Lageänderungen des Körpers auftritt. Im Bett? Zum Beispiel, ganz häufig ist er im Bett, wenn sie also nachts sich im Bett drehen oder morgens beim Aufwachen sie aufstehen wollen, dann ist durch diese Bewegung, poltern richtig gehen, diese kleinen Kristalle in diesen Bogengängen und lösen eine Strömung aus, die dazu führt, dass ihr Körper, dass ihr Gehirn Schwindel, das Symptom Schwindel ausprägt sozusagen. Das ist, sagt der Name schon, gutartiger Lagerungsschwindel ist deshalb gutartig, weil er sehr einfach zu behandeln ist, wenn man die Ursache mal gefunden hat. Wie machen Sie denn das? Wie behandeln Sie diese Art von Schwindel? Ganz wichtig ist, also muss man vorne wegschieben, dass es bei Schwindel wie eine Detektivarbeit ist. Also man muss ganz genau erfragen, 90 Prozent der Ursachen für Schwindel erschließen sich aus den Fragen, aus dem, was uns der Patient erzählt. Wenn ich also meinen Verdacht darauf habe, dass ein Lagerungsschwindel vorliegt, dann kann ich diesen Schwindel auslösen, indem ich diese Bewegung, die den Schwindel auslöst beim Patienten, auf meiner Untersuchungsliege nachvollziehe, indem ich mit diesem Patienten genau diese Bewegungen nachvollziehe und ich dann anhand von kompensatorischen Augenbewegungen erkennen kann, ob dieser Schwindel vorliegt. Wenn ich festgestellt habe, in welche Richtung oder besser gesagt in welchem Bogengang dieses Kristall gefallen ist, anhand dieser verschiedenen Bewegungen, die ich ausführe, kann ich diese ganze Situation umkehren, indem ich diese Bewegung umkehre und damit diesen kleinen Kristall aus dem Bogengang heraus wieder in einen Bereich rotiere, indem er diese Strömung, indem er diese Beschwerden nicht mehr auslösen kann. Und das kommt dann tatsächlich einer Wunderheilung gleich, weil der Patient schlagartig von seinen Beschwerden befreit ist. Manchmal ist es so, dass es nicht aufs erste Mal klappt, sondern dass man so ein, wie nennen das, Lagerungsmanöver, so ein Lagerungsmanöver wiederholen muss. Aber in der Regel ist das zu fast 100 Prozent durch ein Lagerungsmanöver heilbar. Ist das unangenehm für den Patienten? Wie muss ich mir das vorstellen? Natürlich ist es in der Hinsicht unangenehm. Jeder erneute Schwindelanfall ist für den Patienten ein unglaublich traumatisches Erlebnis. Also dieser Schwindelanfall ist für den Patienten, also wenn sich plötzlich die gesamte Welt um sie herum dreht und sie nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, ist das für den Patienten sehr erschreckend. Und demzufolge muss ich ihm erneut dieser Symptomatik aussetzen, um sozusagen den Weg zur Heilung zu finden. Tatsächlich ist es sogar so, dass diese Schwindelsymptomatik so ausgeprägt sein kann, dass der Patient eine richtig gehende panische Angst davor entwickelt. Dass er also in der Folge, wenn er schon gar nicht mehr an diesem eigentlichen Problem leidet, allein durch die Angst heraus erneut einen solchen Schwindel zu erleiden, eine Art Schwindelgefühl entwickelt. Und das wäre dann so ein typischer psychogener Schwindel. Wir nennen ihn psychogenen Attackenschwindel, weil er genauso wie vorher der Schwindel auch in Attacken auftreten kann, mehr oder weniger aus der Angst heraus erneut diesen Schwindel zu erleiden. Also ein psychischer Schwindel, der den körperlichen begleitet sozusagen. Ganz genau. Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn der Patient dann vor Ihnen liegt und Sie wollen ihn therapieren von dieser typischen Schwindelart und ihn drehen? Wird er da um sich selbst gedreht, der Patient? Ja, also ganz wichtig ist zunächst einmal, dem Patienten zu erklären, worum es geht. Ja, weil ich diesen Patienten ja erneut diesen Symptomen aussetze. Das ist sehr erschreckend, aber in unseren Augen, wie gesagt, eine gutartige Erkrankung. Demzufolge, wenn ich dem Patienten erkläre, was er zu erwarten hat, inwieweit erneut Schwindel auftritt, inwieweit auch die Erfolgsaussichten meiner Therapie sind, dann ist der Patient gut vorbereitet. Dann habe ich den Patienten bereits auf meiner Untersuchungsliege liegen. Das hatte ich vorher erklärt, um herauszufinden, wo in welchem Bogengang diese Calciumkristalle liegen. Und dann drehe ich den Patienten ähnlich, wie der Patient sich selbst im Bett dreht, um die eigene Achse, um so diese Kristalle wieder heraus zu rotieren. Wichtig dabei ist natürlich zu wissen, in welche Richtung ich drehe und weil ich natürlich dadurch die Beschwerden auch verschlimmern könnte theoretisch, wenn ich den in die falsche Richtung drehe, weil ich dadurch vielleicht sogar noch mehr dieser Kristalle in den betroffenen Bogengang hineindrehen kann. Tatsächlich ist es auch so, dass es ganz selten mal dazu kommt, dass diese Kristalle, die ich dann herausrotiere, in einen anderen Bogengang hineinfallen und plötzlich der Schwindel auf eine ganz andere Bewegung auftritt, die ich vorher hatte. Und das gilt es eben zu vermeiden. Und deswegen ist es wichtig, vorher ganz genau zu eruieren, wo dieser Schwindel genau liegt, in welchem Bogengang, welcher Bogengang betroffen ist. Wie hoch ist denn dieses Risiko, wenn es doch in die falsche Richtung geht, dass es dann nachher auch so bleibt? Also schlimmer als vorher? Beim Lagerungsschwindel ist dieses Risiko sehr gering. Es gibt, wie gesagt, das Repositionsmanöver, von dem wir hier gerade gesprochen haben, das in 98 Prozent der Fälle zur Heilung führt. Es gibt unterschiedliche Repositionsmanöver für die unterschiedlichen Bogengänge. Wenn wir nun aber einen bleibenden, einen chronischen Lagerungsschwindel haben, der tatsächlich nur in zwei Prozent der Fälle vorliegt, dann besteht noch die Möglichkeit, dem Patienten bestimmte Übungen zu sagen, wo er sich gewöhnt, bei denen er sich an diesen Schwindel gewöhnt. Das nennen wir sogenannte Habituationsmanöver. Das ist im Endeffekt einfach ein Training, sodass er durch einen ständigen Reiz sich nicht mehr so schwer aus der Bahn geworfen fühlt, wenn dieser Schwindel auftritt. Das wäre eine andere Möglichkeit, um diese restlichen zwei Prozent zu behandeln. Es gibt noch einen ganz, ganz, ganz geringen Promillesatz an Patienten, die auch darauf nicht gut reagieren. Und da bleiben dann nur chirurgische Verfahren, um die Bogengänge entsprechend zu verschließen, um möglicherweise einen dauerhaften Schwindel dann vorzubeugen. Aber das trifft für einen so geringen Prozentsatz zu, dass es eine Seltenheit ist. Gibt es eine Faustregel für den Patienten, ab wann sofort zum Arzt? In der Regel sollte der Patient, wenn er ein solches Symptom erleidet, sofort den Arzt aufsuchen. Das liegt allein darin begründet, dass es viele unterschiedliche Ursachen für Schwindel geben kann. Der Patient alleine, selbst ein guter HNO-Arzt, tut sich mitunter schwer, die genaue Ursache für den Schwindel akut festzustellen. Das heißt also, Verharmlosen wäre hier falsch. Man sollte zunächst wirklich sicher gehen, dass nicht das Schlimmste, wie zum Beispiel eine Durchblutungsstörung im Gehirn, wie zum Beispiel auch ein Schlaganfall oder auch eine Hirnblutung, als Ursache ausgeschlossen werden kann. Erst dann kann man sozusagen in Ruhe vorgehen, um sich dann dem gutartigen Lagerungsschwindel oder einer anderen chronischen Schwindelsymptomatik zu nähern. Und gibt es eine bestimmte Gruppe von Patienten, die besonders anfällig sind für diesen gutartigen Lagerungsschwindel? Ja, leider muss man sagen, dass auch der gutartige Lagerungsschwindel, wie so viele andere Erkrankungen, altersabhängig ist. Das heißt also, es betrifft insbesondere Patienten im fortgeschrittenen Lebensalter. Auch dort ist es vorwiegend so, dass mehr Frauen als Männer betroffen sind. Das liegt allein an der logischen Tatsache, dass unsere Otoliten, also diese Kalziumkristalle, von denen wir sprachen, aus Kalzium sind. Da Frauen im höheren Alter durchaus mehr an Osteoporose leiden, kommt es bei diesen Patienten vermehrt zum Abbau von Kalzium im Körper. Nicht nur in den Knochen, sondern eben auch in diesen Kristallen. Und das kann vermehrt dazu führen, dass diese Kristalle sich lösen und Beschwerden bereiten. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, sprechen wir hier von einer gutartigen Erkrankung, die in allen Fällen, egal ob jung oder alt, gut zu behandeln ist. Vielen Dank, Herr Dr. Singbartl, dass Sie uns so viel berichtet haben über die unterschiedlichen Arten des Schwindels. Und wenn Sie noch weitere Informationen möchten, dann finden Sie die wie immer auf www.asklepios.com-nachtvorlesung oder auf YouTube. Schönen Dank, dass Sie dabei waren.